Ein bisschen Spannung hier aufbauen kannst, dein Kinn ein bisschen rein. Nimm die Hände hier an die Stirn und jetzt kannst du den Kopf wieder ein bisschen nach hinten und jetzt kurz und kurz und kurz. Das ist erst in der Lendenwirbelsäule, ganz langsam, Wirbel für Wirbel. Jetzt nimmst du den Arm mit dem Rücken. Genau. Jetzt nimmst du den Arm mit dem Rücken.